Separate Zimmer Was mich zur Regel Nummer drei führt, der Nacktheitsklausel Was? Ich will dich nicht unter der Dusche sehen, oder wie du pinkelst, oder wie du pinkelst, während du duscht Oh, versprechen kann ich das nicht Das musst du denkst, das sind die Regeln, und auf gar keinen Fall nacktbaden